Das hier ist das Highest Professional Performance Aufhell Creme. Und was ist das hier auch noch? Nein, das ist Conditioner. Keine Ahnung. Für Alufolie. Für die Haare noch. Damit Herz BOOM 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 Ist das immer los? Also. Bisschen in 3,4 Stunden ne? Also ungefähr so Viertel vor 1. Ja. So Leute, das ist gerade hier wieder. Gleich waschen wir aus und wir haben gerade Musik vom Kern gelaufen. Müssten wir hören, das ist richtig geil. Einfach abmachen. Süß. Und, ist es blond? Ja, es ist blond. Es ist fertig jetzt. Und nach halbem Sommer ein bisschen Medikstyle. Aber erstmal so. Punkt. So, jetzt können wir die Haare jetzt erstmal. So. So. Jetzt geht's dann an die Streben ran. Ist zu heiß und ich hoffe, war die vorne an, ne? Wisschen, sag mal was du falsch machst. Bitte. Nö. Wenn das rauskommen würde. Das ist auch nicht zu dick. Du musst es vorne aufschneiden. Hast du es aufgeschnitten? Ne. Okay. Das musst du in die Hand nehmen. Ach so. So hier. Das musst du in die Hand nehmen. Ach so. So hier. Okay. 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 So. So mehr. Voll geil. Willst du denn jetzt gleich auflaufen? Welcher ist der Haterbrief? Ja, ne. Der Brief. Brief. Jetzt kommt der Haterbrief. Da kommt jetzt gleich. Der Brief. Echt? Mit McDonalds Gutschein. Ein Haterbrief mit McDonalds Gutschein? Ja. Scheiße. Boah, du stinkst doll. Ist das ein Haterbrief? Das ist nicht der Haterbrief. Das ist kein Haterbrief. Das ist Gutscheine. Hiss mal laut vor. Lieber Lukas, geh mal öfter in den Meckes. Vielleicht würde deine Beine dann nicht mehr riechen. Da kam es zu. Das stimmt. Du bist zu dünn. Gab es deine obersteherlichen Kleinergröße. Ansonsten finde ich dich ganz okay. Liebe Grüße, Eleona und Noah. Vielleicht erkennt ihr die Beine.